so und die letzte einheit war hierher hierher genau und dann würde ich mit würde ich mit euch doch mal sagen hier auf dieses mit euch auf dieses schiff so ok muss ich dann wahrscheinlich steuerung machen so und du kannst dann mal fragezeichen reparieren bitte so dann nehmen wir euch und mit euch düsen wir mal nach hier oder nach da wobei ich da eigentlich da ist die frage wie viel kann und ihre er hat was er halt hat ist einen turm zwei turme drei turme vier turme fünf turme er hat halt türme also es ist das ist bei anu echt ein bisschen ätzend die kriegsaktionen die kriegsmaschinerie die dauert immer recht lang sind mangelbar so und du kannst eigentlich schon mal die stoffe hier auslegen ok und dann warte mal hier gute ein schiff wurde repariert so dann kannst du wieder weiterfahren gut und hier oben bist du eher du bist der also krieg haben wir ja schon so da würde ich mal kurz speichern ganz gerne weil ich einfach spielstand gespeichert oh ach da ist er so du darfst da rein dann würde ich mit dir mal nicht an den kann es eurer schiffe wird angegriffen stoffe sind mangelware so was ist mit deiner route bitteschön wieder gute stoffe immer immer diese scheiß stoff schiffe ganz ehrlich immer genau die die ich brauche die felder verderben vor trockenheit so du darfst reparieren das haben wir hier ja und wo ok da ist es mir egal dann machen wir wirklich hier oben mal wieder kommen darum machen wir noch schaff haben so als erstes machen wir hier mal abreißen es bringt nichts weil ich da kein schiff habe das schiff das ich gerade nämlich habe ok ich bin gerade latent überfordert genau kommt vereinfacht und ich hoffe wirklich dass du nicht wieder an dem ding vorbei fährst es fehlt an stoffen ja das weiß ich langsam ähm aggro so dam 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 so wir roden den wald hier so und dann würde ich hier sagen ach pfeif doch drauf ganz ehrlich also es nervt um es mal so um zu sagen es nervt so dann darfst du reparieren du darfst reparieren dann hörst du auf zu reparieren und du reparierst und dann sag ich zu dir doch mal komm hier zack einmal stoffe bitte zack zack hier oben einmal stoffe bitte zack hier zack einmal stoffe bitte und dann würde ich sagen zack hier stoffe zack und was wir hier noch machen können ist einkaufen zack stoffe das volk bekommt kein baumaterial das volk soll kein baumaterial bekommen wie oft soll ich das denn noch sagen so dann kannst du jetzt reparieren so du bist repariert du kannst auch auf route gehen so du bist da und dann kannst du auch reparieren so geld haben wir genug es juckt mich eigentlich gerade herzlich wenig stoffe sind mangelware und stoffe sind mangelware so und was hast du eigentlich für eine route frissholm gisholm also warte mal du hast hier überhaupt gar nichts mehr da und gibt es hier überhaupt stoffe wo ist denn gisholm da gibt es doch überhaupt keine stoffe da brauchst du gar nicht sinnlos durch die gegend zack und zack meine mein lieber herr gesangsverein so dich haben wir abgelegt das heißt du kannst jetzt hier nach oben gehen zu deinen kameraden schutzreparatur beendet super dann kannst du auch hier hingehen und du bist noch am machen bum 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 so und wo ist jetzt das schiff mit den coconut saxony ja genau das war's so du fährst mal dahin beziehungsweise dahin schiffsreparatur beendet eines eurer schiffe wird angegriffen hast du gerade eine handelsroute nein hast du nicht so du bist auf dem handelsrouten weg und du schön ok dann würde ich zu dir hier jetzt sagen zu dir so wo ist denn book da ist die book so es ist so es ist so es ist es ist es ok meine kanonieren sind jetzt auf jeden fall hinüber super ok dann würde ich doch sagen ok wir müssen neue neue soldaten ausbilden zack 1 2 3 4 5 so und dann würde ich sagen wir nähern uns eigentlich mal von der einen seite so peu a peu aber muss man machen so und dann das ist das ist stören. Dem braucht die Sau eh nicht. Super. Okay. Dann würde ich dich mal nehmen und hier wieder darunter düsen. Und würde ich dich nehmen und zu dir sagen, du kannst mal wieder auf deine... Eines eurer Schiffe wird angegriffen. Ja, ja. Okay. Die nächsten Türme werden platt gemacht. Soldaten sind ausgebildet. Gut. Und dann wären die drin. Zack. Eines eurer Schiffe wird angegriffen. So. 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 tatatatata da macht er jetzt sein geld einfach unnötig platt und wir haben ab weg hier weg hier weg hier jungs kommt weg jungs weg jungs so du kannst doch mal hier wieder nach unten wo bist du da kannst du mal hin können wir dich nämlich reparieren und euch dreien kann man den auftrag geben die daten sind ausgebildet ja ja ist gut die dazu erledigen ja 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 so aus hier universität platt machen gut also wie gesagt das mit dem krieg das ist immer so ein bisschen langwierig und zäh und ätzend und zieht sich so die universität machen wir deswegen platt weil wir ihnen damit natürlich wichtige bauoptionen nehmen so und dann würde ich sagen dieses schiff ist wieder da unten und das lässt sich reparieren wir schauen mal nach stoffen die erholen sich gerade so ein bisschen da kann auch ein schiff hin das kann man auch reparieren denn da so wir würden eigentlich mal wieder speichern gesichert schiffsreparatur beendet so dann kannst du eigentlich wieder da oben hin der hat da unten einen neuen turm hingebaut die sau ok also euch würde ich eigentlich euch würde ich eigentlich auch mal nehmen wollen und sagen geht mal nach da unten soldaten sind ausgebildet ja ja es ist gut das ist ja immer so eine panik schieb da tada 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 ok also die burg müssen wir auf jeden fall zerstören und dafür müssen wir dann mit kanonieren da reinkommen wie gesagt zu 5 boah ich habe total viele blaue flecken gerade auf dem ding auf der karte tada 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 tée tada tada t Uranot Okay, ich frage mich so ein bisschen, wo der das ganze Geld noch herkriegt. Ja gut, er hat schon noch so ein paar Schiffsreparatur beendet übrigens. Komm jetzt mal hier. Gut, du kannst da hin. Du kannst da hin. Du kannst hier hin. So, sammeln wir mal unsere Kriegsschiffe da. Du würdest dich ganz gerne reparieren lassen. Wie schaut's mit den Stoffen aus? Läuft grad. Du kannst eigentlich nach da unten. Da, da, da. Freibeute lauern euch auf!